Dieser beeindruckende Ford Ranger XLT mit Extra-Kabine könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Der Euro 6 Dieselmotor mit AdBlue erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Als Extra-Kabine verfügt der Wagen über ausreichend Bladeraum innen und außen. Hinten gibt es sogar noch zwei Notsitze. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vollersitze bieten viel Komfort und eine extrem hohe Sitzposition. Eine Fußmatte gehört bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Ranger XLT schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebel am vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Ranger XLT und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie den Wagen einfach Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Und dann. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 4 4 Untertitelung des ZDF, 2020